Kein Hunger mehr? Nee. Warum hast du doppelt bestellt? Das ist ein 80-Dollar-Stick. Was kümmert dich, dass du bezahlst es damit? Und ob ich das bezahle, diese Steuerzahler, über die du immer lachst, das bin ich. Versuch du mal in dieser Stadt Geschäfte zu machen. Das habe ich. Ich rede nicht von kriminellen Geschäften. Die nehmen sich 50 Cent von jedem Dollar. Und wenn du in den Job hättest, würdest du das auch verstehen. Oh, du bist... was tust du da? Ich danke dir für mein Stick. Du wundervolle kleine Steuerzahler. Was tust du? Schon wieder? Das ist nicht möglich. Wieso? Ich hatte nur eine halbe Portion. Ich habe Hunger. Oh.